Der ist in einem Haarfreund. Der ist in einem Gebäude. Sieh auf deine Kraft! Sie haben keine Chance. Nicht nachlassen. Sie haben einen Zaun verloren. Hier ist die Red Eye. Wie ist denn der Beschuss? B, schreit sofort die verdammten Geschützer ab! Alles klar. Boss, ich brauche Zugriff auf den Harpoint, um die Geschützer abzuschalten. Wir verlieren, bravo! Wir verlieren, bravo! Wir haben bravo, bei der one. Alcatel, 60 Sekunden bereit. Okay, die Treibstoffpumpen bei Charlie sind online. Die Red Eye wird betankt. Okay, die Treibstoffpumpen bei Bravo sind online. Die Red Eye wird betankt. Alfa, wird angegriffen! Okay, Boss. Gib mir Hand von den Treibstoffpumpen. Okay, bereit. Nach der Treibstoff. lang geradeast! Also, herr? Stywer? Sind nicht die Leute auf die Lösensteuerarbeit? Wumlos zu sein, oder? Wer ist schon mal so gelöst? Halt auf die Lösensteuergruppe. Sie haben Bravo verloren. Rücken dort nicht vor und steig nicht raus. Okay, Komplett. Sie sind zu mir. Sie sind brav. Achtung. Die Zeitung ist ganz klar. Sag einfach Bescheid. Aktiviere Wachmodus. Aktiviere Verfolgungsmodus. Okay, Komplett. Sie sind bei Bravo. Sie sind online. Weiter geht's beklangt. Okay, wir haben erreicht, dass wir wollen. Rotartige Leistung. Fischung erfüllt. Die AMC ist besiegt, aber die Schlacht geht weiter. Franks hat fremde Einheiten ab, bevor sie entkommen. So, die Plotter hat genug Treibstoff für den weiteren Monat. Das war das reine Chaos, Fisch. Wir haben keine Taktik. Sarah, keiner von uns hat Erfahrung mit einer Armee dieser Größe. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Anders geht's nicht. Das Verstandige Bergungsschiff ist da. Zerstöre es, bevor sie entkommen. Musik 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 Vielen Dank.